Es ist einfach dieser Moment, wo man immer weiter redet, um besonders intelligent zu wirken. Man darf einfach nicht aufhören zu lügen, man muss immer weiter, immer noch einen draufsetzen. Ja, wenn der andere nicht zu Wort kommt, um zu sagen, was redest du für ein Scheiß, dann kann man sich weiter geil fühlen. Das ist richtig. Kein selbstsicher sein, bei völliger Ahnungslosigkeit. Ja. Ja, du musst ja auch nichts können, du musst ja nur so aussehen, als könntest du was. Was ist denn hier ein guter Spawnpunkt? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ja, die waren nur wie alle Scheiße, ne? Wir starten meistens unten rechts. Du kannst mich mittlerweile auch direkt auf die Punkte klicken. Ich weiß, das habe ich noch mitgekriegt. Richtig krasses Feature, was nur so fünf Jahre Entwicklungszeit gebraucht hat. Das ist so geil. Ich glaube, das sagen wir seit Jahr zwei oder so. Ey, wäre es nicht cool, ob die Punkte klicken könnte. Und Ubi so oft so, hm, holt mal Bier. Das ist so, dann bauen wir das seit so fünf Jahren. Holt mal Bier für vier Jahre. Und dann ist es ziemlich schal, das wir hier inzwischen benutzen. Voll völlig kranzig, ja. Vorne sind sie nicht. Ja, Cockpitrenner da rum. Ja, dann können sie aber verschlafen. Schlaf, Dingsbums. Couchraum. Clash wieder. Ja, los. Alter, ey. Sie haben eine Drohne getötet, bringt sie alle um. Was ist da? Wäre doch geil, wenn man Clash-Shield um Polen könnte. Dann brutzelt ihr alle ihre Kollegen. Oder sie selbst. Oh ja, jedes Mal kriegt sie einen Schock, wenn sie versucht, die Gegend mit zu grillen. Weißt du, wie lustig. Ich würde gerne so einen Hack bauen. Ne, mit Brava wäre das halt geil. Wo willst du hin, Gunnar? Eigentlich da hoch, aber ich bin unfähig. Ach so, man muss sich auf Leertaste drücken, ich erinnere mich. Weil, äh, ich... Das gleiche, das gleiche wie reinschwängeln. Bei Vorson kommst du so hoch. Ja, ich habe vorhin Vorson gespielt, das habe ich gewöhnt, einfach nur in die Leiter zu laufen. Umgewöhnung ist schon manchmal eine Bitch. Okay, ich sehe zumindest keinen. Hast du deine Brille aufgesetzt vorher? Da ist einer links im Gang, ganz hinten durch. Boah, hat der mir einen mitgegeben. Voll was hinterher, steht mir im Weg. Ich komme nicht mehr durch. Der Furz ist tot. Der links hinten durch, immer noch? Äh, Witschel ist noch hier, ja. Ich habe seine Dings. Ich hätt mal die Kamera hier. Das gehört zu uns. Fuck, alter. Witschel ist, äh, auf der Treppe nach unten gewesen. Aha, okay. Der hat mich... Ja, der brützelt auch die ganze Zeit. Dann hat er wahrscheinlich eine Luke aufgemacht hinten. Witschel ist, äh, vom Cockpit die Treppe runter. Oh, ihr sind Fußabdrücker, warte mal. Das kann man. Die Hunt ist near. I'm on the Hunt. Jetzt möchte ich... Flasher ist da. Komm hoch, Clash. Komm hoch, Clash. Das war Witschel? Das war Witschel, ja. Meisse. Ist da eine verstärkende Luke, dann komme ich, mach sie nicht auf. Ne, sie sind unverstärkt, aber ich kann sie trotzdem nicht aufmachen. Mich zum Aufmann. Komm mal. Ich gehe mal drüben an die andere... Sie sind auf sich an. Oder machst du da drüben noch eine Claymore hin, an die andere Treppe? Hm. Dann mache ich hier. Sehr schön. Mal eine Bumm. Ich höre einen von Richtung Cockpit, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Nur noch 20 Sekunden. Ich mache gerade eine Cam an. Hacken. Ja, hier ist Clash. Hier. 10 Sekunden. 5 Sekunden. Scheiße. Scheiße. Verdammt. Die hat mich auf 5 HP runtergebritzelt, die Alte. Ich bruch... Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass ihr auch alle von der Seite kommt. Ich wollte eigentlich, während ihr von der einen Seite kommt, von der anderen Seite kommen, aber das hat jetzt nicht funktioniert. Also merke, mit dem Gunnar keinen fluppen Dreier machen, man könnte sich verirren. Nein, es müssen nur vorher die Rollen definiert werden. Mit abklatschen, so verwechseln. Find die Biohazard-Biohazard-Container-Lokation. Da bleib ich bei Fuse und guck mal, ob ich irgendwo reinkommen, wo ich runterfusen kann. Das wäre doch lustig. Da kommt nicht so Boom, 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 Boom und dann sind die tot. Ach, sind die im Keller oder was? Da muss auch so ein Boom. Ja, ja, Keller. Ostseite Keller. Boom, 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 boom. I fuck you in my room. Das ist auch ein Kind der 90er. Hallo, Clash. Hast du dich für deine Geburt, Clash. Hast du dich für deine Geburt. Du hast aber drohtes am Hintern, Igel. Äh, Entschuldigung. War jetzt nicht mehr, jetzt ist es über deinem Kopf. Keine Fussabdrücker? Rechtsrum sehe ich auch keinen. Linksrum? Ich fahr mal erstmal runter. Also unten alle Treppen sehe ich keinen. Aber Clash ran hier vorhin rum. Kann mittlerweile woanders sein. Fussabdrücker sehe ich hier nicht. Die hier nicht lang gelaufen. Nee, da unten aber. Ja, da unten so noch Fussabdrücker. Nee, da? Green trail, I'm on Korsha. Ach, gut, ist ich hier. Da, hier ist einer. Hab ihn. Das war einfach Dauerfeuer. Da kam wieder um die Ecke der Idiot. Ich mach mal da unten alles kaputt. Fuse und Fuse. Das war eine lustige Idee von mir. Nicht. Das Clash, die ist im Raum. Die Wand ist zu gerade durch. Und hier links ist gerade keiner. Aber da ist ein Mute dann an dem Durchgang. Leider Clash. Einer ist an der Ecke. Ich hab unter Schmerzen den Stromdraht für dich weggeschlagen, ja. Das ist wohl lieb. Ja, nicht für dich. Für dich würde ich das nie machen. Das hab ich jetzt auch verstanden. Clash kam sich jetzt ziemlich geil vor, muss ich sagen, ne? Mit ihrer Drehen, Drehen, Drehen-Geschichte da. Da hab ich direkt zurückgedreht. Du bist schon so ein Dreher. Oh ja. Es gibt sogar Beruf, da ist Dreher. Es gibt ja in Karlsruhe einen Dreher. Der ist immer bei Festivals. So ein alter Mann. Und der steht dann immer vorne an der Bühne und dreht sich dann ganz leid im Kreis. Steht auf der Spiegel. Der ist ja Karnas. Voll. Boah, ich weiß gar nicht. Das ist jetzt schon wieder ewig her, dass ich irgendwo war. Ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. Der war damals schon so alt, als ich das zu länderte. Was ist denn noch gibt, den Dreher? Ich hab zumindest nie von ihm gehört. Das ist wie eine Puppe, die irgendwo auf einem Sockel steht und von irgendeinem Motor gedreht wird. Das ist so, ohne irgendwie Rrrr, ganz breit. Der hat das voll drauf gehabt. Na gut. Na gut. Oh For located the biohazard container ten seconds remaining five seconds to insertion One way barricaded Oliver ich mach über dir mal die Luke zu ja Oh Nice Loading new mag Ich höre hier von der Westseite im Mittelgeschoss jemanden Der drohnt ja auch Guck mal rüber zu dir Hallo warst du das über mir gerade? Ja 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 hier fährt eine Drohne, hab mich gesehen Ja der ist hier unten Ostseite What the fuck? Der hat dich getötet und rupt dann Prefile und rupt nämlich weg Aha Den hab ich jetzt zwar gemeldet Der ist über uns Mhm Wow krass Krasse Killcamp Wie gesagt ich fand ihn jetzt echt ein bisschen merkwürdig Kann natürlich sein dass man sich jetzt vertut aber Was ich da oben bin hat er gewusst Da hat er mich mit der Drohne gesehen und so Die Granate hat er so um drei Ecken über Bande da direkt auf mich und so Das ist schon ein bisschen speziell Aber das gibt ja so Leute die sowas trainieren Ja ja Das geht schon aber dann kam mal direkt Prefile rum und hat mich liegend erschossen Also ich lag halt hinter der Tür Das weiß ich Ich mein der ist vorher mit der Drohne ein bisschen hin und her gefahren Ich weiß nicht ob er dich vielleicht gesehen hat oder so Keine Ahnung Das kann ich nicht sagen Ähm Im Zweifelsfall trifft es ihn richtig Barricade the room We need to protect the biohazard container Es hat nichts getan und hat auch nichts zu befinden helt Ruhl fortified Ruhl fortified Ruhl fortified oder mit den arschloch buch machen sie schon ich probiere einfach mal die ganzen keiner mehr was lachen das mache ich auch das funktioniert gut ich mache wieder eine luke zu unter mir glaube ich das warst du ja das redlock irgendwo ja ja hier kommt keiner anscheinend one is outside at the wings peaking through the windows das ist ruse windows einer ist hier unter mir ausseite jebus strikes through deployed barrier sind aus der flügel doch mal durch den keller rum hua ist bei der doppeltür der nicht getötet hat ist tot oh luke ist aufgegangen im gang von objective aber auch eine luke von dem hauteingang aufgehen werden aber hier ist nichts ne ne cool hab ich so schön draußen die kali weg genommen die saß auf der aufzug auf dem auf der spitze von dem flügel da konnte ich so ganz gemütlich zielen ja die hat gar nicht in meine richtung guckt die wahl voll auf auf euch fixiert was ist kali ausgesnattert ja drei schuss habe ich zwar gebraucht aber ich habe ja auch nicht oft das ruse window ich liebe es wenn wir deutsche dabei haben aber es war wenigstens eine vernünftige ansage das richtig hm ist schon selten genug noch nicht du 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 u du 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 du? Vielen Dank.